So liebe Leute, neuer Tag, neuer Cast und heute gibt es wieder eins der geschätzten Community Games, diesmal eingereicht vom guten Kehrer. Einer der wenigen Spieler, die meine hoffnungslose Leidenschaft teilen für Lakota und für Franzosen. Der und ich glaube sonst nur Steven. Und deshalb habe ich mich besonders gefreut, hier was abzubekommen, vor allem weil ich schon ein bisschen gespoilert worden bin, dass wir hier vielleicht den ein oder anderen Native Soldaten zu Gesicht bekommen. Und ihr wisst ja, ich bin ja generell ein Native Spieler, ich spiele Franzosen ja nur, um mit denen Native Strategien zu spielen. Man kennt es, man kennt es. Naja, stimmt nicht ganz, werde ich hoffentlich auch zum Ende der Liga nochmal anders hinkriegen, aber für dieses Video sei es mal so gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was wir sehen. Franzosen gegen Osman, ein interessantes Matchup, vor allem weil Osman ja doch, dadurch, dass der Gouverneur verschwunden ist und ausgetauscht wird durch den Imam, der ja ein 900 Foot Up Age Up ist, recht interessant ist, meiner Meinung nach. Weil man da einfach ganz andere Age Up Möglichkeiten noch hat. So, schauen wir mal ganz hier. Also, man hat nicht mehr einfach die Möglichkeit, FF zu spielen und dann da rein zu rauschen mit 10 oder 15 Anis und Kanonen, einfach weil die Osmanen das nicht mehr auf die Art spielen können. Ganz nackig, das ist ein bisschen gar hart gefährlich, wenn man da nur mit Gold und dem Imam durchgeht. Und ich habe übrigens einen Blödsinn erzählt, das Imam Age Up ist doch ein bisschen anders. Es gibt ein Age Up mit einem Imam und 200 Gold, das ersetzt den Gouverneur. Und ich glaube, das 900 Nahrungs Age Up gibt einen zusätzlichen Kirchenwagen und erhöht auch das Ausbildungslimit, also das Baulimit für Kirchenwägen, für Kirchen um 1, in dem Fall um von Moscheen. Und das bedeutet für den Osmanen natürlich, dass der eine viel höhere XP-Kurve hat. Aber nackig ist es trotzdem. Keine Frage darüber. Das erste Karte, drei Dorfbrunner vom Osmanen, soweit nichts Neues. Drei Courreure von Franzosen. Und wir haben hier das Ancher-Regime mit dabei. Und auch ein paar schöne Native-Karten hier, also die indigenen Verträge. Ein bisschen Antivasser und so Kram. Ich muss mir gerade mal den Bildschirm herrichten, weil ihr kennt das ja wahrscheinlich auch selber. Manchmal, wenn die Sonne scheint, ist das schön, aber für uns Zockerleichen blendet sie vor allem in den Bildschirm. So, soweit so gut. 14 Villager Age Up, da ist also nichts Neues passiert. Die Karte ist natürlich auch spannend genug. Ich meine, die kennen ja die meisten von euch schon. Auch wenn mir gerade der Name ums Verrecken nicht einfallen will. Auf jeden Fall zweimal Wasser, zwei Wasserhandelsrouten auch. Und jeder hat einen indigenen Posten hinter der Basis. Es ist auch zweimal der gleiche. Zweimal die Wittelsbacher. Und wer sich jetzt fragt, was können die Wittelsbacher, die sind spannend. Ein bisschen undervalued, glaube ich. Aber ihre Plänkler sind super stark, vor allem schon fürs Age 2 Kosten, Nahrung und Holz. Also gerade für Holz, Nahrung, lastige Kompositionen, sehr, sehr cool. Und wir haben ein paar Vorteile. Auch die Technologie, die man hier kriegt, sind ziemlich Bombe oftmals. Oktoberfest, jede Einheit, die du soweit ausgebildet hast, gibt so einen ganz kleinen Teil ihrer Kosten wieder zurück. Da ist jetzt nichts so Spannendes dabei. Aber diese Länze hier machen eure bavarischen Chivologiers besser. Das sind ja die Dragoner, die man hier ausbilden kann. Und hier, genau, das Schützenfest. Plänkler bekommen mehr Reichweite. Alle deine Plänkler haben 1 Reichweite mehr. Und die Mountain Plänkler, also die Plänkler, die man hier bauen kann. Ja, da wird schon der Posten gebaut. Ich muss mal kurz auf die Ansicht von dem. GOOGTC wechseln. Bekommt 2 Reichweite obendrauf. Das heißt, die bekommen 3 Reichweite eigentlich. Bin ich sehr gespannt drauf, was wir hier sehen. Ich glaube, ich werde auch tatsächlich unter diesem Video nochmal die aktualisierte Variante von dem... Jetzt sagt schon. Ich werde nochmal die aktualisierte Variante hier reinstellen. Von dem Native Guide oder Native Guide von der Native Liste, dem Kompositum, das uns der gute Kuchen zur Verfügung gestellt hat. Ah, 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 sehr schön gemacht von Keram. Der Osmanen schaut da gerade nicht hin. Und der Andi Front macht sich hier bereit und holt sich den Schatz. Sehr schön, Andi. Gefällt mir natürlich. In Tirol sind wir generell Andreas-Fans. Aber lassen wir das Thema. Handelszeitalter soweit erreicht. Nicht vom Osmanen natürlich als erstes. Kehrer ein bisschen hinten nach, aber das soll weiter uns nicht die Stimmung trüben. Hat auch schon ein Upgrade. Hat nur... Ne, hat noch kein Upgrade tatsächlich. Wir haben auch keinen Marktplatz. Er spielt wohl ohne Marktplatz und geht dafür lieber auf... Ja, hier vorne die königliche Embassy. Baut auch schon 5 königliche Musketiere. Ich finde es schwierig. Ich versuche den Marktplatz fast immer unterzubringen, wenn ich auf Natives gehe. Warum? Weil es unglaublich blöd ist und unangenehm, das anders zu machen. Klingt jetzt doof, aber es ist tatsächlich aus meinem Empfinden so, dass du doch relativ viele Ressourcen brauchst. Und wenn du stärkere Nahrungseko hast, brauchst du de facto weniger Leute auf Nahrung und kannst da mehr auf Gold schicken. Zum Beispiel, weil ja auch die Kollegen hier, ich glaube 75, 40 kosten. Ja, genau. Wer diese Einheit noch nicht kennt, ich habe es schon oft gesagt, die sind derzeit die bastigste Variante meiner Meinung nach, um Frankreich zu spielen. 160 Lebenspunkte soweit, nichts Besonderes für die Kosten, aber ein Pistolenangriff, ihr habt es gerade gesehen, 44 Schaden immer und überall. Das ermöglicht es euch zu 100% in 60% of the time. 60% of the time, it works all the time. Naja, wer Enkermann nicht kennt, nochmal kurz ein bisschen Filmwissen auffrischen. Aber königliche Muskeltiere können schon mit einem einzelnen Batch immer, immer mindestens einen Dorfwohner töten auf den ersten Anlauf. Weil, wenn die den Schuss abgeben, dann macht der Pistolenanschuss halt 44 Schaden. Und da braucht ihr nur 5 Leute, dann geht sich das locker aus. Mit 4 geht es sich noch nicht ganz aus, glaube ich. Warte, nee, doch, wir haben ja keine Fernkampfresistenz, da geht es sich also aus. Aber es geht eben darum, dass ihr mit diesen Einheiten super raiden könnt. Und wegen der 4,5 Geschwindigkeit, die man ihnen jetzt leider nicht ansieht, da, 4,5, könnt ihr auch super weglaufen, wenn der Gegner euch hinterherläuft. Also diese Yannitschan sind ja ganz nett und würden sich auch den Kampf gewinnen wahrscheinlich, weil die Angriffsstärke sonst nicht so hoch ist bei den Musketieren. Aber es ist egal. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, da hat er sich verklickt, den hätte er eigentlich haben müssen. Aber es ist immer noch egal, weil, schau dir mal, nur mit dieser kleinen Masse hier geht er dem Osmanen schon massiv auf die Nüsse. Die Mountain Trooper, da seht ihr jetzt 120 Lebenspunkte in H2. Ist das ein guter Stat meiner Meinung nach, tatsächlich. Ist natürlich teurer aus dem Plänkler. Hat nicht ganz so viel Angriff noch im zweiten Z-Alter, aber schon 20 Reichweite. Doppelt den Bonus natürlich auf Musketiere. Und vor allem auch 30% Fernkämpfresistenz. Den Fight kann also der Osmanen überhaupt nicht nehmen. Zack, schon weggeschossen. Zack, schon weggeschossen. Ja, und da wird nochmal reingesalbt. Also die Kollegen sind auch gut, weil die auch befördert werden, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, Kerem hat währenddessen 700 Gold geschickt. Idle drum, wie ein Verrückter. Das ist jetzt, wir schauen schnell woanders hin. Das ist ein bisschen ein intimer Moment hier, wenn die ganzen Leute einfach nur rumstehen und nichts machen. Auf der anderen Seite, der Osmanen geht komplett H2, verteidigt sich hier wie ein Irrer. Ist aber super für Kerem, weil Kerem hat eigentlich minimalen Ressourcenaufwand. Kontert die Einheitenkomposition vom Gegner gut, weil der nur Musketz macht, der Verrückte. Wenn der einfach auf Abus rumstellen würde, könnte er hier schon wieder gut fighten. 5 Abus, die ganze Armee hier ist tot, meiner Meinung nach. Aber, das macht der Osmanen nicht. Kerem währenddessen nutzt endlich seine Blaubeerbüsche, sehr gut. Und H mit dem Exilprinz. Geht sich sogar relativ gut aus, glaube ich. Er hat ja hier drüben schon Handelsposten. Hier sind seine Armeen. Er hat sich auch ein bisschen schon ausgebreitet. Fängt an zu hören. Alles soweit ist gut. Und der Osmanen ist ein bisschen unschlüssig noch. Der holt sich jetzt erstmal die ersten Upgrades. Das Tower District, also er erhöht ja die Bild aus. Das Bild Limit, genau. Das Ausbildungslimit für Dorfbewohner. Da sind wir. Ist auch genau der richtige Moment. Also das ist auch kein Anfänger mit den Osmanen, so wie es aussieht. Hier kommen jetzt ein paar Schüsse rein und wieder raus. Was haben wir hier? Artillerie. Abuskanne. Alles klar. Jetzt kommen sie endlich, weil die Abus-Einheiten sind genau das, was er jetzt braucht, um den Franzosen hier zu Leibe zu rücken. Punktetechnisch natürlich Vorsprung für den Osmanen. Liegt aber auch daran, dass Kerem alles gerade investiert hat, was er hat an Ressourcen. Seht ihr, der hat gerade und gerade mal 400 Ressourcen auf der Bank. Aber gegen die Masse, da braucht er auch nicht stehen bleiben. Ja. Und sobald der letzte Kollege da rausgeschossen ist, ja. Die müssen auch noch schnell nach hinten raus. Bitte. Oh je. Aber das war ein schöner Value, den er hier noch rausbekommen hat. Hatte zwar schon eine Einheit verloren, aber hat auch eine relativ teure Abus-Kanone rausgeschossen. Sie hat auch 150 Ressourcen. Den Tausch kann man schon mal machen, dafür, dass man aus einer blöden Situation startet. Also ich würde schon mal behaupten, was sich hier abzeichnet, ist, dass wir einen Micro eher schwachen oder schlechteren Microspieler hier haben. Im Vergleich zur Kerem zumindest. Und ich meine, der Typ spielt Franzosen und Lakota. Vor allem bei Lakota, wenn du nicht die Micro hast, bist du meistens aufgeschwissen mit allem, was du im Edge 2 machst. Von dem her, glaube ich, haben wir da mal einen soliden Vorteil. Der Osmanen hat 24 Siedler zu 26 Siedler. Das ist auch klarer Wirtschaftsvorteil für den Franzosen. Wenn Keram denn die Upgrades schon durchgeballert hat. Hat er das jetzt, der Osmanen? Ne, wir haben noch immer kein einziges Upgrade im Marktplatz, so wie es aussieht. Und jetzt haben wir diese Chevolegias. Eine spannende Einheit im Fernkampfangriff. 23 Schaden, 2,5-fachen Schaden gegen Kavallerie. Also machen die da schon ordentlich was. 46, so 7,58 Schaden, würde ich sagen, pro Schuss. Haben sie eine schnellere Anlegeranimation? Ne, haben sie nicht. Nahkampfschaden auch stärker gegen Nahkampfkavallerie. Und vor allem mit 31 Schaden, gar keine schlechte Nahkampfeinheit. Wenn die jetzt irgendwie auf Abus drauflaufen, geht es den Abus sicher auch nicht gut. Schauen wir uns die mal ganz kurz an. Das ist eines der großartigsten Modelle, finde ich, im Spiel auch. Also mal abgesehen davon, wie seltsam sie das Gewehr halten. Ich finde, die Einheit sieht großartig aus. Und Keram macht genau das, was klar ist, weil es ist logisch, dass der Osmanen... Sorry. Es ist logisch, dass der Osmanen jetzt hergeht. Und zu Agenten versucht. Ich werde jetzt an der Stelle mal ganz kurz hergehen. So, entschuldige den kleinen Schnitt. Ich habe tatsächlich vergessen, diesen verdammten Balken über die Zeitleiste zu legen. Und deshalb habe ich jetzt hier nochmal neu... Äh, nicht neu starten, aber ich habe nochmal ganz kurz was umgestellt. Jetzt sind wir aber wieder mitten im Game. Und genau jetzt ist der Osmanen im Dritten. Und er ist perfekt gehaust. Also er kann keine Einheiten ausbilden, kein Dorfbuner, gar nichts. Das ist wirklich schön gemacht von Keram. Der weiß, dass er wahrscheinlich militärisch im Hintertreffen wäre, wenn er jetzt den direkten Feind sucht. Einfach, weil... Ich meine, die Yannitschan-Mass, die könnte einfach jetzt da in Melee reinlaufen und die A-Team messern wahrscheinlich. Aber... So macht er natürlich viel Holzschaden. Einer Zift, die eh schon ein bisschen holzarm ist insgesamt. Und die vor allem wirtschaftlich nicht so stark ist. Finde ich sehr schön gemacht. Er bräuchte jetzt halt noch ein Haus, dass er möglichst irgendwie wegklatschen kann. Und da nutzt der Osmanen aber auch direkt den Moment, wo er dann wieder Pop frei hat, um sich Falkonette zu schicken. Hätte vielleicht davor noch, bevor er von 66 auf 70 hoch geht, vier Yannitschan in die Ausbildungsreihe geben können oder zwei Abus. Dann hätte er noch ein bisschen mehr rausgeholt. Aber das sind so diese Feinheiten, die passieren auf unserem Level einfach meistens noch nicht. So, jetzt schauen wir mal da oben. Die Kollegen reiten natürlich rum, weil die können auch im Nahkampf. Dockwohnerschnetzeln wie sonst was. Das ist ja das Traurige an der Einheit oder das Wilde an der Einheit. Diese Dragoner sind im Nahkampf tatsächlich Weibe, wenn sie davor nicht rausgeschossen werden. Es ist immer noch recht teuer, in eine größere Plänklamasse reinzulaufen, weil die hinteren Reihen immer schießen können. Aber in kleineren Auseinandersetzungen könnt ihr mit denen tatsächlich auf die Plänkler drauflaufen. So, Artillerie vom Gegner ist da. Artified, wunderbar gemeint. Vom Osmanen natürlich ein bisschen schwierig, oder für den Osmanen besser gesagt. Aber der macht jetzt trotzdem auch das Beste draus. Abus schießen hier die Einheiten raus. Die Dragoner werden erledigt. Ich weiß gar nicht, warum er so stark auf die Dragoner geht, weil er schickt eh keine Kaffee und baut keine. So sollte sich eigentlich hier mehr auf die Einheiten fokussieren. Aber da wird Keram komplett aufgräben. Ich habe ja gesagt, die Abus alleine würden ausreichen, um das Ganze hier zu machen. Und das tun sie jetzt auch. Naja, und da ist Keram jetzt in einer ein bisschen schwierigen Situation. Immerhin, er safet seine Dragoner. Ein Trick, den ich bis heute nicht gelernt habe. Grüße gehen raus an Steven. Was macht Keram in der Zwischenzeit? Was haben wir überhaupt da schon durchbekommen? 1000 Wood. Das waren so die ersten. Ich glaube, bis letztes hat er sich die 1000 Holz geschickt. Jawohl, wir haben gerade aufgesammelt. Ich nehme an, wir sehen ein zweites Dorfzentrum. Mir hat ja mal Lack beigebracht vor langer, langer Zeit. Diese 1000 Holz, ich habe die ganz lange als zwei Dorfzentren. Einfach zwei Dorfzentren gesehen für Franzosen. Es ist aber ratsam, gerade mit Franzosen, weil die Dorfbohnen mehr Nahrung kosten und du das oft nicht so schnell kompensieren kannst, wie du da mehr Ausgaben hast, ein Dorfzentrum davon nur zu bauen und dafür zum Beispiel noch ein Haus, eine Kirche oder sowas. Und vor allem ein Arsenal. Weil Arsenal gerade beim Franzosen was extrem Wichtiges ist. Hier zum Beispiel Konterinfanteriebewaffnung, super praktisch. Aber auch die Reichweite für die Dragoner, definitiv sehr, sehr wertvoll. Interessant auch, dass die, ja, die Chivologias, ich wollte gerade sagen, sind noch nicht abgegradet, aber doch, doch sind sie natürlich schon. Ist ja eine H3-Einheit, deshalb muss man die auch nicht upgraden, damit man H3-Werte hat auf diesen Einheiten. In der Mitte wird jetzt gepusht. Mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Und ich finde es auch schön, dass wir da so ein bisschen, ich weiß ja, dass es vielleicht auch für ein paar von euch anstrengend ist, wenn ihr meine Cast schaut von mir selber. Im Sinne von, wenn ich halt selber spiele. Weil ich meistens einfach die gleichen Ziffs auspacke. Deshalb denke ich mir, ist es auch ganz cool, wenn wir mal so ein klassisches Matchup haben. Wir haben ohne große, also wirklich, das ist ja ein Legacy-Legacy-Matchup. Das ist noch aus der Original-Version, ohne The Warchiefs, ohne The Asian Dynasties und so weiter. Da denke ich mir, ist das auch ganz witzig. Was nicht heißt, dass ich es nicht mag, auch DLC-Sachen zu casten. Oder auch meine eigenen Spieler. Aber ich denke mir, es soll ja auch ein bisschen vielfältiger hier sein, als nur Native-Gameplay. Und ganz ehrlich, warum der Osmane da jetzt nicht weiter pusht, ist mir ein bisschen unbegreiflich, weil der könnte alles, was hier ist, nur mit seinen Abos aufreiben. Er hat jetzt auch sogar das Abos-Upgrade drauf. Und ressourcentechnisch geht es dem auch gut. Hat er gerade irgendwie Ressourcen geschickt? 1000 Holz? Na, kommen wir jetzt gerade durch. Also eigentlich, ganz ehrlich, Punktegleichstand. Und meiner Meinung nach ist die Einheiten-Kombi, die hier der Osmane gerade fährt, sehr, sehr potent. Ich weiß gar nicht, warum der sich da so lange Gedanken macht, was anderes zu tun. Schaut euch das mal an. Da sind ein paar Dragoner, klar. Aber die allein werden es jetzt auch nicht reißen. Und Abos schlachten ja auch Dragoner weg. Darum haben die auch. Das ist ganz wichtig. Ich habe ja letztens in dem Cast mal gesagt, ich glaube, easy gegen Meloncola. Oh mein Gott, was haben diese Grenadier-Einheiten von den Äthiopien einen 2,5-fachen Extra-Schaden auf leichte Fernkampf-Kavaliere, also auf Dragoner-Einheiten. Wahnsinn. Aber der wird ja gegengerechnet mit ihrem negativen Multiplayer. Na, seht ihr? Deshalb geht es einfach darum, dass sie da vollen Schaden drauf haben. Deshalb ist der Multiplayer so hoch. Also es ist nicht so, als wären die jetzt so krank gegen Dragoner oder sowas. Die machen nur normalen Schaden. Der aber natürlich gut ist. Zurück ins Gameplay. Das ist jetzt eine schöne Jagd. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Keram sich noch nicht auf das Upgrade gesehen hat. Für seine Einheiten. Also auf dieses Reichweiten-Upgrade. Aber jetzt will er den Kampf wohl haben gegen die Abus. Bisschen mehrkolliger Kampf, aber man darf nicht vergessen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn er 2 zu 1 tradet, dann ist es noch nicht ganz kacke. Aber das war jetzt gerade wirklich kacke. Schau mal, auch da jetzt wieder. Der Kollege hat jetzt übrigens eine Reichweite. Ja, hatte eine Reichweite mehr. Da werden eindeutig die Bayern. Da ist wohl Bayern-Hass in dem Osmanen. Der hat jetzt nämlich wirklich aus Versehen mit dem Z-Move alle Bergschützen rausgeschossen. Ich finde es super. Oh, Gottes Willen. Aber ich finde auch diese bayerische Verstärkung super und tatsächlich historisch auch sehr akkurat. Wenn man gerade so an die napoleonische Zeit denkt, finde ich das sehr passend. Und generell Bayern ja da immer ein bisschen Frankreich mit Frankreich herumgebundelt hat eine Zeit lang. So, jetzt haben wir auch die Cura Sire da. So ein bisschen Nahkampfeinheiten, um die Abus besser zu bedrohen und damit die Yanni-Chan mehr in den Kampf zu zwingen. Weil das macht der Osmanen wirklich sehr gut. Die Yannis sind meistens aus dem Schussfeld, wenn man sie nicht braucht. Weil die Abus können ja wirklich den Fight zum größten Teil einfach alleine machen. und dann verliert man nicht so wahnsinnig viele Einheiten. Jetzt kommt ein Chevalier-Upgrade, aber noch immer nicht das Schützenfest. Mein Freund Kheram. Wenn das zum Schluss nicht drauf ist, dann gibt es eine Rüge am Ende des Videos. Punkt, der Vorteil ist jetzt auch leicht bei Kheram. Es liegt einfach an der Eko. 34 Siedler zu 45. Wir haben jetzt langsam das zweite Dorfzentrum vom Osmanen mit den 1000 Holz. Hätte ich das vielleicht gern früher gesehen, aber ist jetzt wie es ist. Schauen wir uns das mal an. Oh, da kann er ein paar Schüsse... Ja, schau euch das an. Schön, gemeint hat er auch da noch eine Salve abgegeben auf die schon geschwächte Einheit. Richtig gut gemacht. Ah, jetzt muss er die Osmanen nach oben ziehen. Ja, und schaut euch das an. Also da fallen halt, trotz klarer Überzahl eigentlich, fallen die Plänkler halt um, wie die fliegen. Sie müssen auch immer zurückschießen hier. Und was wichtig ist, da einfach eine Einheit, zweite Einheit, rechts klicken. Bei Abus, bei all diesen High-Value-Einheiten ist die Micro-Trumpf und da ist der Z-Move, also der Angriffsbefehl, einfach nach Vorrücken und alles in die Richtung angreifen, tatsächlich euer Feind. Ist ein bisschen schade, aber es ist was, was man lernen kann und dann kann man wesentlich effizienter diese Kämpfe führen. Der Punkt ist, selbst wenn ihr da ein bisschen overkillt, wenn ihr mit, sagen wir mal so, acht oder zehn Einheiten da reinschießt auf so einen Kollegen, dann braucht ihr sogar mehr, ihr braucht wahrscheinlich so zwölf oder sowas, dann könnt ihr viel besser diese Abus raus haben anstatt immer so fünf oder sechs auf einmal zu schwächen und dafür ist halt schon von Anfang an dann gleich ein Abus-Schütze weniger da, der euch weniger Gedanken machen muss. Ja. Seht ihr das? Da fallen sie halt überall um. Jetzt werden sogar ein paar Courier-Debois mit reingezogen. Die sollten davor halt, wenn ihr die mit reinzieht, immer beide Upgrades im Marktplatz. Es ist nicht teuer und es macht die Einheit wirklich zu einem Soldaten, praktisch gesehen. Da kann der Kollege sich auch hier nicht richtig trauen, reinzugehen. Weil klar schießt der jetzt ein oder zwei weg, aber der muss da auch mit seiner ganzen Armee reinbolzen und jetzt kommen hier natürlich die Verstärkungseinheiten. Schaut euch das an. Die Kürassiere, die dürften es nicht lang machen, aber alles andere schießt jetzt halt auch mit rein und hier haben wir mittlerweile auch einen 25-prozentigen Extraschaden gegen Infanterie und das dürfte spannend werden, weil wenn jetzt nämlich hier noch, ja, hier lebt der Kürassiere, jetzt wird genau das passieren, wie ich es vorher prophezeit habe. Die Kürassiere, auch wenn das Parfing gerade Dreck ist, schaffen sie im Endeffekt, dass die Janitschan in den Kampf gezogen werden müssen und jetzt jagen diese Chevaliers immer weiter dem Plänkler nach, wobei natürlich trotzdem, also schaut euch, der Punkteunterschied ist jetzt schon da, aber Keram hat auch ordentlich, ordentlich Einheiten verloren. Seine Eko ist halt massiv besser, weil der Osmane erst jetzt langsam nachskaliert mit der Eko und er hat gerade aber viele Siele verloren tatsächlich. So, jetzt wird die Eko wieder ein bisschen gefixt, acht Eiles hier unten, aber die werden wahrscheinlich auch bald wieder zwangsbeschäftigt. Ja, und jetzt kommt hier die Kaffmasse. Man hat fünf Kürassiere und dahinter also ein Dragoner-Chivoleger-Mix. Damit kann man schon was anfangen und er sieht ja auch, das ist der Lakota-Spieler in Keram, er sieht hier oben die tote Herde und weiß sofort, ja, lecker, nimm ich, danke. Ja, und zack, zwei Sieler wieder gesnackt. Für den Osmanen natürlich bitterer als für die meisten anderen Zips, aber gleichzeitig, wenn jetzt hier oben die Kaff von Keram gesnackt wird, ist auch nicht schön, da würde ich sogar reinlaufen mit den Veteranen-Kavallerie-Einheiten und einfach Snaren versuchen. Stell sie auf Nahkampf um, dann kriegst du hier vielleicht so noch ein, zwei Schüsse ab mit den Abos und dann sterben halt hier gleich vier, fünf Einheiten. Aber das sind so diese Kleinigkeiten. Man kann ja immer super toll meckern, wie ihr wisst, wenn ihr meine Cast schaut, weil man gerade nicht selber spielen muss. So, mehr Plänkler auf dem Feld und jetzt wird es langsam spannend. Also Punkte, gleichstand immer noch mehr oder weniger, das ist okay. Jetzt skalieren aber bald die Kaff-Einheiten besser und das ist gut. Kavallerie-Kampfkraft beim Franzosen geht ja auf alle Kavallerie-Einheiten. Das sollte also, zumindest in der Theorie, die Veteranen-Chivelligiers auch betreffen. So, und jetzt schauen wir mal, nächster Kampf. Die Abos-Maste ist einfach auch schon erheblich geschrumpft, tatsächlich in diesen ganzen kleinen Vor- und Zurück-Geschichten. Und der Osmaner hat, glaube ich, auch nicht mehr, ja, der hat seine ganzen Goldminen jetzt langsam schon aufgebraucht. Das heißt, es sollte eigentlich schon lange mehr auf Wasser sein von den beiden. Stellt euch mal vor, der Osmaner hätte zwei Docks, keine große Investition für ihn, dann ging es ihm schon viel, viel, viel besser in der Situation. Aber er hat jetzt halt null Gold und kann seine ganzen Abos-Masten nicht mehr wieder neu aufstellen. Während Keram, der die Mitte der Map hat, okay, hier ist noch eine Goldmine. Und hier drüben auch noch. Zwei Goldminen sind noch auf der Karte. Oder drei. Ui. Er sieht sie sogar. Jetzt hat er sie gefunden, jetzt wird er sich die schnappen. Alles klar. Also, Osmaner doch noch nicht aus dem Spiel. Aber das ist halt die Gefahr bei dieser Karte, dass man sich denkt, oh, ist eh alles voll mit Ressourcen. Aber es sind Ressourcen, die man auch nehmen können muss. Viele sind hier in der Mitte, gerade die Nahrung, was man hier sieht. Und dann hat man eben auch noch Wasser. Und Wasser ist schwierig auch, weil es halt nur zwei Wale gibt, die auch vom Land beschossen werden könnten, in der Theorie. Also es ist alles so eine Abwägungssache. Schauen wir uns mal die Plankler an, die haben immer noch gleich viel Reichweite. Keram rückt gefährlich nahe. Gefährlich nahe an dem Zeitpunkt, wo ich in den Rügen muss, wenn er die Upgrades nicht hat. Und hier drüben findet er jetzt nochmal ein paar Dorfwohner. Findet auch das zweite Dorfzentrum. Super für ihn. Er hat jetzt auch immer noch fast zehn Siedler Vorteil tatsächlich. Der Osmaner kommt nicht recht hinterher. Drittes Dorfzentrum geht hoch, um die Wirtschafts-Nurzahlen endlich mal hochzubringen. Aber es wird schwierig. Und da scoutet tatsächlich Keram, scout Beinhardt, die Falkonette, wird dafür auch bestraft. Aber es sollte trotzdem Keram einen guten Eindruck davon geben, wie es aussieht. Und hier unten, oh Gott, das wird jetzt ein Siedler-Massaker vom Weinsten. 42, wir waren vorhin noch auf 45 Siedlern, erinnert euch. Fünf Siedler weg. Und acht Siedler. Acht Siedler hier erwischt vom Osmanen, der eh schon so siedlerarm ist. Und damit wächst natürlich der Siedler-Vorteil von Keram rasant weiter. Jetzt kommt noch eine Geschütz-Gießerei. Und jetzt haben wir aber langsam hier eine große Arbeitslosenwelle, Leute. Es braucht eine Reform, wir brauchen bald eine Mühle. Oder halt die Beeren. Wir können auch in Sichtweite von dem neuen TC Beeren sammeln gehen, gar kein Problem damit. Das geht natürlich auch. Und schaut euch mal die Kürassiere an, die haben jetzt natürlich schon die wichtigsten Geschichten drauf. Außer, und das vermisse ich ein bisschen, das Arsenal. Zehn Prozent Lebenspunkte auf einem Kürassen sind ja noch 42 Lebenspunkte. Das sind 400 Lebenspunkte, das ist fast ein ganzer Kürass. Oder ist ein ganzer Kürass eigentlich mehr in der Situation. Also definitiv was, was es wert ist mitzunehmen. Jetzt kommen auch die guten Upgrades. Team Ranged Infantry Attack. Also mehr Angriff auf seine Plänkler auf jeden Fall. Wichtige Karte. Oh. Hier geht es jetzt apropos wichtige Karte gleich in den Fight. Ja, und da werden schöne Schüsse verteilt. Er hat sogar noch mal, das ist eben das Schöne, er hat gerade eben nicht die Einheit befehligt, sondern noch, oh Gott, da läuft jetzt einfach rein wie ein Wahnsinniger. Sondern er hat die Einheit sogar noch ein bisschen gesteuert. Und jetzt glaube ich, ist das hier ziemlich durch. Schaut euch das an. Ah, da sind die Kürassen genau drauf. Und es ist nicht genügend Antikaf noch da. Die Yanni-Chan stehen auch irgendwie rum. Die müssen schon längst im Nahkampf sein. Aber so geht natürlich alles flöten, was hier im Feld ist. Ganz unangenehme Situation. Wenn jetzt Spahi kommen würden vom Osmanen, dann sähe ich den Fight wieder. Dann sähe ich die Situation ja noch. Aber so geht natürlich alles. Und vor allem der Kollege hier mit 35 Angriff, ja, 125, 1,25 Bonus, also einem Viertel Extraschaden nochmal. Das sind so 8,75, 8,75, so was glaube ich. Extraschaden. Macht halt nochmal richtig einen drauf. Also der hat dann so 40 Schaden im Nahkampf tatsächlich gegen Infanterie. Also es ist eine sehr, sehr interessante Einheit, würde ich mal behaupten. Na, die Dorfbohlen müssen sich in Sicherheit bringen und dann nützt ihm auch das dritte TC einfach nichts mehr. Mal schauen. Abusgans kommen dazu, aber wir haben jetzt gerade nur eine reine Kavalerie-Masse. Wir haben auch nichts mehr, was er sich groß schicken könnte. Er könnte sich die Bossenjacken schicken tatsächlich, weil wir haben keine Anti, keine große Anti-Kavalerie-Masse hier. Aber das TC muss er auf jeden Fall stehen lassen. Da kann er mit nichts verteidigen. Die Bajibuzuken auch komplett falsch gecallt. Und jetzt sieht es natürlich sehr, sehr übel aus, wenn Osmanen ganz klar, weil Keram hat jetzt halt seine Ressourcen. Der hat seinen Kram, der kann das auch einfach zu Ende spielen, weil er hat zwar 15 Idols, die er irgendwie ins Soft-Zentrum gezogen hat, aus mir unerfindlichen Gründen, aber er hat auch Masse, er hat Artillerie, er hat ein bisschen Kav. Ja, da kommen Dragone hinterher, er weiß es selber, dass er die braucht. Also der soll sich jetzt ressourcentechnisch da gar nicht mehr um gar nichts mehr kümmern müssen. So, währenddessen der Osmanen, der holt sich die Bosniacken, der holt sich aber auch natürlich weiter Abuskanonen, weil er sie braucht, braucht, braucht. Das nützt jetzt nichts. Und tatsächlich, wenn er noch ein bisschen Abus mäßt, dann könnte das sogar was werden, wenn er sie klug einsetzt, meiner Meinung nach. Die haben jetzt auch 19 Reichweite. Und vor allem die Bosniacken sind es. Also die sind halt echt wirklich stark. Er hat aber nicht mal die Spar hier dabei. Das finde ich ein bisschen befremdlich tatsächlich. Ah, und da hat er auch seine Abus, die dazu weit außen stehen. Nicht gut für ihn. Oder von ihm tatsächlich. Die Kanonen schauen sich hier mal das Ganze ein bisschen an. Die Abus traden hier drüben. Tatsächlich, die Bosniacken müssten hier unten anlaufen. Stellt euch mal vor, die wären jetzt schon hier drin. Da wird schon massiver Smash-Damage auf die Einheit rauskommen. Und so machen die Bosniacken leider nichts, sondern laufen einfach in die Anti-Kav, was natürlich der komplett falsche Call ist. Und da kommt aber auch das GG. Das war es, was ich gemeint habe. Mikrotechnisch war hier auf jeden Fall Keram überlegen. Der hat nämlich mit fast ebener Skirm-Master immer noch ziemlich gut getradet. Immer noch. Wirtschaftlich auch. Wir sehen es. 5000 Ressourcen mehr. Es sind fast hier eben, also deshalb nicht so wichtig, hier fast, also fast 20% würde ich sagen. vorne oder sagen wir mal so 15% werden es insgesamt gewesen sein. Dann hier 17%, genau gleich viel Militär, was krass ist, wenn man sich überlegt, dass Keram, also dass die meiste Einheit hier drüben Veteranen, Abos schützen, waren die ja für eine Militäreinheit zählen, aber eigentlich eine Zwei-Pop-Einheit sind. Und dann natürlich bessere Trades für Keram. Nicht viel besser, aber es ist auch nicht zu erwarten. Jetzt schauen wir uns mal Military Unit Population an. Schlechter getradet, also beide furchtbar schlecht getradet hier. Und der Fight hier war es einfach auch schon der erste. Dann Remaster Osmani der Zili nochmal stärker und verliert wieder alles, weil er einfach komplett furchtbares Microbetrieb hat. Also ganz, ganz, ganz unschön war das da. Da hat er den Fight nicht wirklich im Glück gehabt. Aber es war auch sehr solide gespielt von Keram und ich fand vor allem die Eröffnung sehr stark. Also die haben wir wirklich Spaß gemacht, weil man einfach diese Natives nicht unterschätzen darf. Nicht vergessen, ich stelle euch das dann in die Kommentare rein, in die abgedatete Liste. Ich muss schauen, von wann sie abgedatet ist, aber das vorletzte Update ist sicher noch drin. Das letzte weiß ich nicht genau. Da sind ja noch mal Jesuiten verändert worden. Aber abgesehen davon eine ziemlich coole Sache. Damit, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Keram, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim nochmal gucken. Vergesst nicht, wenn ihr auch ein cooles Game habt, ich nehme sie aus allen Liegen und allen Ecken. Also wenn es einfach ein cooles Spiel ist, dann schickt es mir das gerne zu und ich schaue, dass ich es gecastet kriege. Kann euch gleichzeitig aber nie versprechen, dass es auch passiert. Aus zwei Gründen. Erstens, ich bin ein Mensch, der leider einen Tag hat, der nur 24 Stunden lang ist und schlafen sollte ich auch noch. Und zweitens, manchmal, und das passiert mir selber ganz, ganz oft, wo ich mir denke, boah, geil, dieses Spiel zeige ich euch nochmal und Hammer und was nicht. Wie soll man sagen? Dann kommt man auf die Situation, dass man das Spiel dann von beiden Seiten sieht und da merkt man einfach, dass viel davon doch dem Gegner geschuldet war. Also, dass der Gegner Mist gebaut hat und deshalb ist das Spiel dann oft nicht so geil als den Cast. Das sind dann so Sachen, manchmal schmeiße ich dann, also nehme ich dann Casts auch nicht, weil das Spiel einfach nicht ganz so gut passt. War hier nicht der Fall, ich fand das hier eigentlich von beiden ein ziemlich cooles Hin und Her, auch wenn Keram das doch gerade microtechnisch sehr, sehr dominiert hat oftmals. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Ich freue mich auch, wenn ihr euch einfach unter das Kommentar reinschreibt. Abonniert den Kanal, wenn ihr Spaß daran habt und lasst mir gerne Fragen oder Ideen für die Zukunft da, wenn ihr Bock auf was Bestimmtes habt. Auch bestimmte Matchups, was ich jetzt vielleicht, ich habe es nicht so im Blick, was ich alles cast und was nicht. Aber damit, Leute, ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich bin raus. Wird euch. Wird euch.